Entschuldigung, du kannst einfach nicht gewinnen. Natürlich, sie sehen klein, aber erinnere mich, sie sind immer meine Kinder. Hey, Junge, willst du was von mir? Hier, ich bin da. Es scheint, dass du endlich deine Angst hast. Jetzt zeig dir deine Wahrheit, oder du wirst nie deine Revenger. Die Zähne, die kleine Schrauben sind immer wieder in die Hand. Ich bin sorry, es... 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 nicht so sein sollte! Es muss so sein, dass es so sein wird! Jeder wird sterben! Ich habe wirklich die Kraft in mir. Wie ist es, dass ich es nicht mehr rauskomme? Aber das Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, wie man das tun kann. Da steht einfach nur da. So, ich muss mich mal kurz ausruhen hier. Zack! Wie es nach oben unten nie bis sensibel ist hier. Ich habe! Ich bin schon da! Ist doch klar! Ja, ja! Oh, es hat getroffen, geil! Lol! Woaa! Ja, 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 woaa! Ja, 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 woaa! Ja, 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 boaa! Voll geil, Kamera-Führung! Ben-Jong-Jong! Obwohl mich mein become known ist! Mäh lang nicht! Nicht sterben diesmal, ey. Sonst war's das für ihn. Sonst komm ich rüber. Oh Mann, das verliert ihn schon wieder. Wow, die hatte geholfen. Oh oh. Die hat nicht geholfen. What the fuck? Und ich soll das jetzt mit meiner Hilfe... Ah ne, die hat doch geholfen. Geil. Perfekt. Du hast endlich entschieden, ey, du musst doch gegen Gohan kämpfen, du Horst. Ja, dann kriegst du halt Erlähmung. Nö, nix ist. Ey, alter. Oh scheiße ey. Es gibt doch Probleme. Ich glaube, ich habe Probleme mit Cell hier. Ich kann ihn nicht schlagen. Ich kann ihn einfach nicht verwunden. Gohan, übernimm bitte. Au. Oh, er blockt's ab. Okay. Ich kann das verstehen, wenn er mal in der Bekrankung wird. Das macht mich jetzt überhaupt nicht wütend hier. Jawohl. Jawohl. Warum wird eigentlich nicht meine Sensu-Bohne eingesetzt? Ich muss das nur mal fragen. Bei Putu-Kawa ist immer... Was für ein Mensch! Nein! Und du nimmst dich auf meine Sensu-Bohne eingesetzt. Oh Mann, wisst ihr was das bedeutet? Ich kann wahrscheinlich... Ja. Toll. Tül. Dankeschön. Ich muss mich einfach das... Mann! Darf mich das nächste Mal einfach nur nicht mit Cell anlegen? Es ist deinem Tag. N-N-N-Wut! Verdammt! Cell Junior. Sie sind stärker, als sie es sein sollen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Diese Leute sind unglaublich stark. Ja, wir wissen das. Aber das ist einfach. Ich kann es nicht gewinnen. Natürlich, sie sehen sie klein. Aber hier ist es auch. Ja, das ist... Ja. Oh, das war ne... Ha! Da lässt sich das auch mit ihm machen, ey. Oh, der Kruse-Kind sieht aus, als er sich aufbaut hat. Excellent! Es scheint, dass du ihm endlich zu deinem Kopf hattest. Jetzt zeig dir deine Wahrheit, oder du wirst nie deine Revenung haben. Wenn du in deinem Leben verletzt hast, dann hast du sogar gebetet. Goku ist total verletzt. Er hat's abgewehrt. Ich bin sorry! Es sollte nicht so sein, wie das sein soll! Wie denn dann, Goku? Wie denn dann? Jeder wird sterben! Ich habe wirklich die Kraft in mir. Du musst einen Weg finden, um es rauszuholen. Aber das Problem ist, dass du keine Idee hast, wie das zu tun. Ja, hier hast du noch eine Idee hinterher. Zell, Junior! Die! So geil, das Spiel hier! Oh, er nimmt mich. Er hat mich einfach geworfen. Ich weiß immer noch nicht, wie man sich so geil wegteleportiert und alles ablocken kann. Wihau ist schonmal gut hier, dass wir das haben hier. Gehen wir, Hörner! Oh, Scheiße! Geh weg mit dem! Perfekt. Du hast endlich entschieden, deine Wahrheit zu zeigen. Jetzt! Boah, wie hier. Das funktioniert aber leider nicht immer. Okay. Nein, ihr greift mich nicht an. Ich mach das hier. Huhuhu, ihr seid gelamed. Oh, Mann, Alter. Oh. Hallo. Haha, bist du gelebt, hä? Zack, jetzt bist du... Hilfe, Leute, ich brauch ein bisschen Hilfe. Oh, Mann, ich verliere das schon wieder, ey. Ich muss mir das nächste Mal viel mehr eifert auf. Deswegen, Leute, spiele ich auch nicht so die MMO hier. Una, la, 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 la,. Komm herkomm herkomm herkommherkommh- ... Jaaah, kaum. Komm, 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 komm Mach einfach nichts, Herr Junior Bitte lass mich gewinnen Komm, 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 Alter Das wäre sehr episch, Alter Jawohl, Alter Jawohl, Alter Habt ihr das gesehen? Skiller, Skiller Ich bin der Oberskiller Oh, Alter Ey, wie geht er? Meister Hast du mein Leben gesehen? Das war richtig low Ich hätte es eigentlich verkackt, dachte ich Levelaufstieg, jawohl Schauen wir mal, wie es weitergeht hier Es wird immer schwieriger, scheiße, ey Hallo Ups Nothing seems to be going our way I wonder Is that Goku's son? You again, huh? So annoying He barely lifted a finger And yet I can sense his energy I think it's time to harvest Your energy will be ours You won't have your way You won't have your energy will be ours You won't have your energy will be ours You won't have your energy will be ours The defenders of time And we've come here to stop you I see You've come from a different historical life My Jule and Gohan are being strange And you're the cause of it Good Why are you doing this? Let's just say it's a bit of an experiment Wow, die Wow, die Experiment It's insane No, it's not How lose Are you suggesting that scientists shouldn't perform experiments? These guys, they're outside the flow of time So fighting them, it won't affect our history Wow, schön I'll fight with you I just had a great idea Mira, can you take care of this? Hey, where are you going? I'm going to fight with you This time You want to fight with us on your own? Do not disappoint me What the fuck? Alter, wir bohnen ihn Äh, wir own den Zu zweit ist es nicht so schwer Und jetzt kommt der super Exploit hier Aber du stirbst gleich Ah, hier Und jetzt hat man's abgewehrt Aber das kannst du nicht abwehren Meine Lähmung Zack Wow, das sieht aber ganz schön vieler für sein Verhältnis hier Alter Okay, er stellt halt mit seinem Kopf davor Aber es trifft halt dich Okay, bist du dich für mich interessiert Dann lade ich mich auf Ach, jetzt auf einmal Was ist das? Was ist das? Ich habe dir gesagt, nicht zu verweilen Ich habe sicherlich gesagt, ich hätte das viel schneller, als ich hatte Du sag, du rechst jetzt gleich ab Hier Na, kam ich von hinten? Magst du es von hinten? Nein Nichts ist mit hintermisch teleportieren Lähmung Und Vereist In einer vollgeilen Posey Nichts getroffen Schnaps gesoffen Scheiße Nichts ist hier Du schießt hier keine Schwuchtelbällchen rum hier Also so ein geiles Spiel Wow, mach's zu Mach den lieber kaputt hier Oh man, er hat seine Super-Attacke eingesetzt und nicht gegen mich zum Glück Oh oh, ich glaube, er hat mich anvisiert Nichts, macht nichts, macht nichts, wir machen einfach das Hahaha Hahaha Down Whoop Was sagtest du davon? Du Kackbun Wir haben dich fertig gemacht und jetzt gib ihm einen Totesschlag Das war's für heute.